Jo, hallo und herzlich willkommen zu Sims 2. Ja, darf man nicht glauben, hier ist Sims 2. Ja, ja, endlich wieder mal Sims 2. Ich ziehe sich tausendmal um, das muss ich nicht verstehen. Ja, Grund dafür ist, eigentlich hatte ja Sims 4 ein und sogar schon zwei, schon für den zweiten Abend, Video gemacht. Aber es gibt Urheberprobleme, wie ich das schon befürchtet habe, habe ich ja schon in Sims 4 Video, also schon in den ersten, habe ich mich dazu geäußert, dass es wahrscheinlich sein kann, dass es Probleme gibt, weil ich halt diese ganze Lizenzbedingung nicht verstanden habe. Die Musik hatte ich über Amazon gekauft, das wurde als GEMA-freie Musik deklariert und ja, es reicht halt nicht alleine aus GEMA-frei zu sein, sondern man muss auch vom Urheber eine Erlaubnis haben, diese Musik zu nutzen. Ja, also gut, habe ich gedacht, alles klar, da gab es ja von YouTube dann auch ziemlich schnell eine Warnung, Urheberrechtsverletz und bla bla. Dann habe ich denen die Rechnungsnummer geschickt von Amazon und so, dass ich da ja was gekauft habe mit dem Hinweis auf GEMA-frei und auf der Webseite stand auch drin, dass es für private YouTube genutzt werden kann. Aber ich hätte ein bisschen detaillierter auf die Seite eingehen müssen, weil dann gab es nämlich noch einen Link, wo man sich dann halt so eine Lizenz zukaufen kann und auch muss, wenn man dann diese private Lizenz für YouTube haben möchte. Das habe ich leider erst heute gesehen, als ich dann direkt einen Swike von YouTube bekommen habe. Ja, daraufhin habe ich natürlich erstmal all diese Videos alle runtergenommen, weil, ja, ich glaube, weiß nicht, bei dem dritten Swike oder so wird der Kanal ja zugemacht. Gut, das ist nicht, das ist für mich jetzt kein wirtschaftlicher Verlust, das wäre einfach nur schade. Und, ja, mich ärgert das halt ein bisschen, aber gut, ich hatte dann mit dem, ähm, mit dem, ähm, das schon, äh. Den rechten Inhaber habe ich telefoniert, ja, habe ich getan. Und, ähm, der, ähm, hat mir das halt eben erklärt, wie das so ist und, ähm, ja, mit der Lizenz, die ich in Kürze kriege, könnte ich das, äh, könnte ich die, äh, Urheberbeschwerden mich wieder befreien. So, äh, du musst zur Arbeit, du musst zur Arbeit, du musst zur Arbeit, so. Ähm, ja, gut, hier bei Sims 2 habe ich hier schon eine, 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 eine Dame, wie heißt sie? Na, Postbote, Postbote, das ist gut. So, kostet dann auch direkt gleich wieder Geld. So, was verlieren alle hier? Ah, ja, okay. Und sie ist auch arbeiten. Das ist gut. So, ähm, achso, wir haben jetzt wenig Geld. Ich kann jetzt mal noch nicht so viel einrichten. Ich wollte jetzt ein bisschen Burger, was? Burger grillen, Salate servieren, ich nur hier. Die Firma veranstaltet ein Grillfest und sucht noch Sims, die helfen können. Soll Jockel beim Grillen der Burger oder beim Servieren der Salat helfen? Ja, komm, wir grillen hier. Zu Hause ist Jockel ein ganz passabler Grillmeister, aber auf dem Grillfest ist er schnell von den Massen an Hamburgern überfordert. Er kann sich nicht merken, wie lange die Burger auf den Grill legen und viele sind entweder total verbrannt oder noch halb roh. Jockel verliert etwa, etwas seiner Begeisterung für die Kochkunst. Also, na, na, ja. Da ist nur, tun, tun nichts Gutes, das ist echt scheiße. Ich bin hier nur bestraft dafür. So. Wer kommt jetzt nach Hause? Ach, sieh, jetzt. Nee, fährt auch noch mit so einer Klapperschiefs jetzt zur Arbeit. Aha, Abelskollegin mitgebracht. Ah, was? Abelskollegin, achso, okay. Ja, ist der verbaden? Gut, lädt ein Abelskollegin ein und gebaden, okay. So, können wir jetzt schon ein bisschen, können wir warten noch, bis er... ...so zu gebaden. Okay. Ähm. Oh, ein zu hoch. Ein weiter runter, so. Ah ja, das Bett ist nicht gemacht. Okay. Telefonat. Können die Telefonat, ja. Aber sie batet gerade. Das ist sehr ungünstig jetzt gerade. Sie braucht ihren Bad. So. Wo ist sie dann nach? Was werde ich jetzt nicht gewonnen hatte? So. Oh. Ja. Die sind hier auch ein bisschen steif, ne? Die sind dabei, sonst ist es hier ein bisschen besser gelöst. Wo ist denn hier abelskollegin ist gegangen? Ah, ne. Ah, die ist schwanger. Äh. Wertschätzen. Wertschätzen. Ah, nein. Wertschätzen. Baby. Bauch reden. So, leg mal. Tschüss. So. Da ist ja ein Besuch da. Reden. Plaudern. So, einfach mal plaudern. So, alles klar. Ah, draußen ist es kalt. Deswegen ziehen sie sich immer so an, weil draußen kalt ist. Okay. Kein Schnee ist nicht. Noch kein Schnee da. Gut. Da muss er ja noch arbeiten. Jetzt fällt Schnee. Haben wir gerade davon geredet. Hey, schön. Aber schön. Sehr schön. So. Na. Welcher Hände wir in den Abend? Hm, sie keinen Essen haben. Viel zu... Viele zubereiten. Viele zubereiten, was? Zubereiten. Essen prüfen. Abendessen servieren. Ja, die griffen aber auch. Die kann ja richtig gut kochen. Ein bisschen dünn angezogen wird. Das Wetter. So, schnell zubereitet. Hey, voila, fertig. Gäste können kommen. Hopp. Alles war jetzt jetzt. Jetzt alles war jetzt. Hell jetzt. Sieg da oben. Okay. Da steht ihm alle, was er will. Okay. 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 Muss auf jeden Fall, ups, benutzen und dann salbermalen und natürlich in den Beispiel. So. So. Ja, ein volles Programm. Hätte ich Spaß, dass wir die beschleunig machen. Ah, ist er auch da. Wunderbar. Wir haben jetzt ein bisschen Geld. Er verdient nicht viel. Aber wir können jetzt ein bisschen dekorieren. So. Denn es ist Weihnachten. Es muss dekoriert werden. Wir machen mal, dass die ganze Hausfront sehen kann. Komplettes Haus sehen kann. Ja, das kann man nur so machen. Aha. Na, das stellen sich auch so wie den Kommunistenstern, aber nicht wie den Weihnachtsstern. So. Hm, da ist ja was für draußen. Ja, da sieht man es ja nicht so. Das ist ja doch schon hier. Haben wir nicht irgendwas mal hinstellen? So. Wo haben wir hier? Ah, hier. Alles gehört natürlich in die Wohnung. Aha. Aber hier ist kein Platz. Wir gehen mal in Höhe. So. Hier haben wir Platz. Ja. Und die Bände runter. Das geht nix. Das sehe ich nix. So. Die Saalstelle kommen nicht mehr durch die... Die kommen nicht mehr durch die Treppe hoch oder runter. Warten wir. Jetzt kommen wir hin. Was ist denn mit das? Hm. Das Teile tiefer. Können wir das hier irgendwo hinstellen? So. Jetzt drehen wir die Hütte hier so ein bisschen. Dann machen wir das da hin. Hier noch. Passte Treppen. Passte Treppe. So. Okay. Dann gehen wir wieder in Höhe. Dann können wir den Tamborum versetzen. Nämlich da in die Wand. Sehr schön. Haben wir den Tamborum gesetzt. Haben wir einen noch für draußen? Ja. Wir haben noch einen für draußen. Siehst du wohl? Da ist auch geschenkt. Hier ist ein kleinerer Tamborum. Achso. Ich will den für draußen haben. Mammutbaum. Das passt nicht. Ha. Naja. Das ist auch nicht geschmückt. Das ist schon ein geschmitten. Mammutbaum. Mammutbaum. Scheiße. Teuer. Okay. Wir haben da schon noch einen. Lassen wir es. Was haben wir denn noch? Schönes. Mammutbaum. Kleiner. Kleiner hätte ich auch getargt, ne? Okay. Gibt es mal einen Tisch zu messen. Gehen wir ein tiefer. Oh, dann. Okay. Dann müssen wir den Deku hier in den Winden. Jetzt haben wir hier ein schönes Bannesmann, hey. Nur dahin. Was ist das hier? Hä, die Hexenhäuser hier sind. Hier gucken wir raus. So, tun wir auch hin. Die Stärkung ist hier vor der Tür hin. Wir müssen aufhören. Wir müssen aufhören. Das Geld geht aus. Diese Klappen. Die machen wir wirklich die Klappen. Alles klar, das reicht erstmal. Dann gehen wir wieder ins Spiel zurück und lassen uns immer wieder ein bisschen Geld verdienen. So. Los. Beschweren würde ich niemanden? Das ist doch toll. Deck Deck. So. Dann füllen wir ein bisschen Musik hier. Haben wir ja Musik hier. Haben wir gar keine Musikbox. Ach hier. Keine Musik. Muss auch auf der Toilette. Ja, die Springer müssen halt öfters. Geht auch auf der Toilette. Geht auch auf der Toilette. Oh, die Springer müssen halt öfters. Geht auch auf der Toilette. Geht auch auf der Toilette. Oh. Nähe. Sie wollen ja auf die Toilette, ne? Oh nein! da möchte ich gar nicht das getreckt das aus dem hund was hast du denn? du bist alleine büßt man den Hund aber anscheinend nicht oh na na so so so, ok so und schreien Wuh-vuhm, sieh vähä, sieh vähä. Kiep kiep zäp. Wuh-wuh-wuh-seprafe. Wuh-wuh-wuh. Wuh-wuh-wuh-wuhm. Blum, blum, blum. Sieh vähä, mä vaa. Kiep wuh-wuhm... Das ist hier gar nicht angeboten. Ist das hier oben? Mh. Bach werden. Ein bisschen kuscheln hier. Warte mal. So. Äh. Entspannend. Pass auf. Du dann auch hier entspannen. So. Guck mal schön das Bett ordentlich. Ja, genau. Mach dir überhaupt fahren. Mach dir das. So. Alles klar. Wer ist da? Ah. Der Tag treu im Leben. Hä? Nein. Was ist das? Hm. 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 So. Vermeeren wir es mal ein bisschen. So. Dann muss ich mir dann auch noch von mir draus kriegen hier. Ja. Hm. 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 Hm, es ist noch kein Spaß. Ich glaube doch. Ich glaube doch. Ich glaube doch. Genau. Okay, ob das geklappt hat, das werdet ihr vielleicht in der nächsten Folge erfahren, denn ich muss weiter zur nächsten Aufnahme. Also, ciao. Bis denn. Weiß ich auch noch nicht. Ciao. Ich sage einfach tschüss. Bis demnächst. Kürze.